Herzlich Willkommen hier zurück bei Uncharted. Geh doch, alter Mann hier. Fass mich nicht an. Ist okay. Ganz. Ganz ruhig. Geht weiter. Ich mach das. Ja. Vorher hat er jetzt mal so ein Pfeil abgekommen. Halt! 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 Und deswegen hat er so komische Hallos. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Du bist doch gleich raus, mein... Ich muss hier raus. Ja, da bin ich mal gespannt, was mich als nächstes hier für ein Rätsel dann erwartet. Ach komm. Charlie, los. Komm schon. Nur noch einen. Lass mich! Au. Ich will dir nichts. Ich will dich nicht schlagen, Charles. Au. Okay, erst mal nicht. Klapperei und kein Rätsel. Ich kämpfe nicht mit dir. Schluss jetzt. Ja. 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 Du sollst mich nicht treffen. Mensch. Halleluja. Ja. 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 jetzt hört doch mal auf ein kleiner drüber 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 Okay, du musst zuhören. Du? Erwirkst nicht! Charlie! Hey. Komm. Komm, alles gut. Dir geht's gut? Ja. Dir geht's gut. Mir geht's gut. Nate! Nate! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir sind quitt. Warte mal. Wolltest du... Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Oh. Wow. Auf ein neues. Ich geh zuerst. Shit. Folgt mir. Nein, nein. Noch dreh ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Huh. Oh, toll. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauch Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Na los, hauen wir ab. Wir suchen uns bestimmt. Hm. Ja, genau. Da springen wir mal so 10 Meter oder was in die Tiefe und tun uns nicht mal weh. Okay, das sieht interessant aus. Unglaublich. Ist das... Ist das ein Globus? Aha. Das müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als nur eine Groft. Das ist mehr als nur eine Groft. Ja, wenn der Frau sieht aus, wenn also vor ich... Mann, das Hitsbuch. Ich weiß genau. Was? Nein, hab ich nicht. Verdammt. Okay, wo ist denn jetzt der andere? Halli? Das sind wohl Wasserkanäle. Das sind wohl Wasserkanäle. Ja, wir müssen eher was in Bewegung setzen. Ja, wir müssen eher was in Bewegung setzen. Genau, mach mal das Licht hier an. Das ist gut. Ich mach hier das Licht an. Mal gucken. Ist noch wo alles ne Fackel. Oh, da hätten es auch was. Nun, wie soll man den da rüberkommen. Da ist eine Treffe. Bo. 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 Sie lassen sich sicher entzünden. Sie sehen Außenprojektionen, Sie markieren Positionen auf dem Globus. Ach. Schönen wir die anderen. Okay. Ja gut. Dann mache ich dir mal einen heißen Rücken. Noch zwei. Der markiert. Okay. Vielleicht so eine Art kleine Landkarte, die zeigbar vielleicht als nächstes sein müssen. Oder hoch. Ne. Dann muss ich jetzt hier ganz außen rumlaufen. Ähm. Wie weitersuchen. Hier sind noch alle Fackeln hier an. Das sind beide Seiten, dass man da nicht rüber kommt. Moment. Die Treppe hier. Kann man da etwa auch dann runter. So eine Art einmal in die Runde. Egal welche Treppe man nimmt. Hm. Bis jetzt noch nicht. Nein, nein. Ist das das Wasser? Nee. Ach, die Käfer wieder. Nein. Bitte. Bitte sag mir, dass du die auch siehst. Wirklich. Bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Ich renne es heute. Ich ist unter dieses Becken scharf. Wie bitte? Ich mach dir den Weg weiter nicht ab. Wenn du da bist, du bist verrückt. Das Wasser muss fließen. Hast du ne beste Idee? Hm. Wirf die Fackel da runter. Vielleicht kannst du das Becken entzünden. Tja. Na super. Wie soll die Fackel da runter schmeißen? Im Ernst. Das bringe ich doch lieber runter. Nämlich einmal Anlauf. Au 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 Au. Tauch doch hoch werfen. Okay, die kleinen. Ähm. Da haben die jetzt keine Angst vor. Ich muss also dann immer schnell das große anmachen. So, muss ich jetzt, ja, geht da nicht anders, ich muss auf die Kette drauf, ach du heilige. Ich muss auf die Kette, oh. Das sieht gut aus. Nee, warte mal. So. Jo. Ja, mal hin, okay. Und jetzt muss ich da rüber. Holla. Holla. Ähm. Ist das auch noch eine Kette? Aha, okay, gut. Und, nee, du musst dich umdrehen. Moment, dreh dich doch um. Äh. Moment. So, genau. Und jetzt hier. Ja. Äh. Äh. Meine Fackel ist aus. Aber okay, ich bin jetzt erst mal hier. Ha, hab die nächste. Ach, und natürlich wieder eine Sache. Okay, das Ganze nochmal. Geil. Ähm. Bloß nicht die Kette treffen. So, Moment. Ja, sieht gut aus. Mal gucken. Hep. Und. Moment. Moment, ich muss hier im Licht bleiben. Ich muss, halt auch nicht beißen. Ähm. Oh Gott. Hep. Äh. Ja, hier, Fackel, Fackel, Fackel. Nimm. So, wo unten. Du musst das letzte Becken entzünden, bevor du springen. Okay, das geht genau von oben rein. Zack. Sehr gut. Und dann mit Anlauf. Ich versuche trotzdem eine mitzunehmen. Und, hep. Uah. Eieieie. Puh, okay. Da ist was zum Drehen. Mal gucken. Ja, Sully guckt da hinten zu. Dann legen wir los. Lass das Wasser Mars. Also, locken. So, es läuft runter jetzt. Wir müssen aber nicht rüber schwimmen, oder? So ist Charlie. Oh. Wasser scheue mir ein kleines Gätschen. So, ich nehme mal zur Sicherheit eine mit. Ich hasse Wasser. Wasser nicht so ein Ende. Nur gut. Er hat sich erledigt. Okay. Dann darüber. Okay. Und jetzt hier, ne? Und es läuft. Die Kugel. Ich muss jetzt die Länder so drehen, dass ich... Oh, ah ja. Ich muss jetzt mal gucken, wo die alle sind hier. Die Kontinente. Viele große Landenmassen. Die hängen alle zusammen. Okay, das eine große hier. Keine Ahnung, könnte sowas wie Afrika sein, oder sowas in der Art. Und oben ist dann, keine Ahnung was. Wo scheint denn sowas zu sein. Die Dinger haben ja auch die Hände oder sowas da drauf. Das ist es nicht. Genau, die haben da auch so eine Markierung drauf. Wenn ich den da rüber hole. Ne. Ähm. Moment. Irgendwie muss das ja... Ne, das ist es nicht. Wenn ich den... Ne. Das passt auch irgendwie nicht. Von der Markierung. Das ist noch eine. Aber wenn die Markierung hier oben ist. Ne. Wenn die Markierung da unten ist. Ähm. Auch nicht. Wo ist die nächste Markierung. Aber irgendwie muss es doch so gehen. Ja, da ist das eine. Genau, das muss ich jetzt auch noch. So. So. Wir schaffen. Unglaublich. Das muss der Eingang zu den inneren Runden sein. Ja. Komm schon. Ähm. Hallo. Hallo. Hä? Was hat er denn? Hallo. Um. Hä? Wo sind die denn hin? Auf einmal sind die weg. Hä? Ähm. Ach da. Man sagt, dass ihr hier oben seid. Ich hab das nicht gesehen. Ach ja. Da kriegt er einen Drehwurm. Na dann. Ist der das? Ja. Genauso wie der in Frankreich. Wahnsinn. Ja, brilliant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Was hab ich gesagt? Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens, äh, Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er's gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da. Siehst du? Und mit der kompletten Inschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen? Herzlichen Dank. Gut gemacht. Na ja. Warte mal kurz. Ich glaub, das nehm ich besser. Hm. Okay. Nichts wie weg hier. Such weiter. Oh, Mist. Sie sind uns gefolgt. Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg raus gibt. Gut. Dann mach ich jetzt meine Folgenpause. Sage danke, dass du dabei warst. Und dann geht's nächstes Mal hier weiter. Bis dahin, bleib gesund oder werde gesund. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Bye, bye.